Sollen wir jetzt schon direkt mit der Krankheit anfangen? Lernst du gerade deinen Text auswendig? Nein, ich habe wichtige, wichtige, wichtige Posten. Von allen Leuten, die ich kenne, würde ich mit keinem mein Leben tauschen wollen. Was ich habe, ist ja eine Krankheit, wo der Körper sich selbst angreift, wo er sich selbst zerstört und das wundert mich dann nicht wirklich. Heute ist der 24.12. Heiligabend und ich würde echt viel drum geben, heute tanzen gehen zu können und feiern. Es gibt Schnee und der Teich ist zugefroren. Im Schnee draußen sein ist natürlich toll, ich schaue aus. Es macht Spaß im Schnee zu spielen, gerade mit dem Hund. Diesmal ein Augenstern. Sie ist für mich echt das Wichtigste, auf jeden Fall. Ja, ist ein bisschen schwierig reinzukommen, ne? Auf jeden Fall. מה ist das Wichtigste, auf jeden Fall? Deswegen das Wichtigste. Hier er unp وب Aber weißt du, das Gemeine ist und jetzt setzen wir die Krüppel an den Flughafen. Alle fliegen die Osterferien und der Behinderte bleibt zu Hause. Danke.